Der Anne. Hallo. Dem Dadosch. Guten Tag. Kranz. Hallo. Horchi. Hey. Der Julia. Hi. Dem Kapuzenturm. Ja. Crabsy. Hallo. Marf. Hallo. Nightshade. Hallo. Oder wie der Wolf. Hallo. Ich hab ne eigene Stiegel. Und wir spielen heute Minecraft. Kann das wirklich explodieren? Kann das wirklich explodieren? Wenn ich jetzt die Leute wählen, dann werden die Auto vertöten können. Guck. Okay. Oh, da sind wir gestorben. Ich hab den Endermen gescheit. Ah, Shiva ist es. Shiva? Es geht rein, oder? Das war aber nicht so smart, wenn die schon früh schon junge Dame weiß. Ich hab Shiva, ich hab Shiva, ich hab Shiva, ich hab... Was geht? Oh mein Gott. Identifizier sie. Glaubt sie ihm nicht. Glaubt ihm nicht. Oh, dann war das der Grand. Ah, okay. Nein, nein, nein. Nein, nein, Anne, das ist komisch. Das ist komisch, Anne. Warte mal hier unten. Nein, ich warte nicht darauf. Das macht er nicht. Das macht er sonst nicht. Und, oh, shit, das wird umgeflogen. Ich hab einen Apfel dabei. Ich hab einen Apfel dabei. Oh, Krabs, das ist passiert. Halt ihn fest. Halt ihn fest. Der Auen. Aber was könnt ihr das machen? Aber was könnt ihr das machen? Er denkt den Faden gerade und... Krabs! Ey! Wie alt war er schon? Ich hab Schweine. Der ist da unten. Er belebt ihn wieder. Oink, 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 oink. Ich hab ihn, ich hab ihn. Es steht wieder! Ich hab es geschafft, es steht wieder. Krabs, Hilfe! Hier! Machen wir unten kaputt, warte ich bin es an. Ich bin rote geflogen. Oh, oh, wow. Oh, da hat er nicht Schwanen geschossen. Kann ich da mal einer mal den Grensch erzielen? Ja, nein, bitte nicht! Nein, bitte nicht. Aber der Grensch ist doch confirmed, oder? Nein, ich bin's wirklich nicht. Nein, ich meine, du hast ja, du hast ja gesagt, das ist ein Schieber. Aber warum hast du gerade die Traitor-Leiche hingebracht? Nein, das ist Dardoch! Nightshake! Er hat Dardoch-Leiche zum Fraßbord. Es war einfach dumm. Es war so ein mega heftiger Fehler. Schieß ihn einfach ab. Oh, ein Schäfchen! Leute, ich hab Herobrine gefunden! Der Mythos ist wach! Der Mythos ist wach! Oh Gott! Oh, da schießt der! Wo? Marv! Marv, das tut man nicht! Ich bin Randale, Marv! Verdammt! Nightshade! Nicht, bitte nicht! Ach, Anne! Das ist Nightshade! Detektiv, Anne sagt Nightshade frei zum Abschuss! Der Detektiv hat gesagt, okay. Also Leute, ich bin's, ich geb's zu! Kommt mich holen! Okay. Wo ist er denn, Anne? Ich erschrecken Anne! Ich hab's dir gesagt, ich erschrecken Anne! Ich war grad im Haus! Ich war grad im Haus! Er legt den hier noch, Anne! Da los! Nein, ich bin's nicht! Da legt den einfach bei dem Steve! Ich glaub's ja! Kommt da? Einer! Fuck! Nightshade! Ja, wissen wir doch schon! Abi! Jetzt hab ich mein Gewissen reingewaschen! Gut! Gut, Franz! Sehr gut! Oh, hier liegt ein Apfel! Hier ist Steve! Scheiße! Ja, bei Salo ist auch Steve! Ja, bei Salo ist auch Steve! Nee! Wo bist du grenzt? Hier, hinten im... Ey! Bist du der Letzte oder was? Nee! Wo bist du? Hier! Oben! Kannst du ihn auch noch? Ich weiß, ich hab dich gesehen, Horchi! Anne! Wer schießt auf dich? Ja, was schießt? Ich sehe nichts! Also, Julia war's nicht! Oh mein Gott! Ciao, ciao! Ich glaube, Chico war's! Wie sicher bist du dir? Nichts sicher, aber sie ist so still! Ist sie auch tot? Und sie war in der Nähe von Anne! Sie ist immer noch so verdächtig still! Entweder ist sie es oder jemand anders in ihrer Form! Ich glaube nicht, dass sie so still wäre! Raps ist auch tot! Oh, ist die Map anstrengend! Du siehst ja nichts! Gravelhook! 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 Ich bin das! Drücken sie F für die Taschenlampe! Ach! Ah! Ich... Da oben, da wird geschossen! Okay, jetzt ist wirklich Chico! Oh! Okay! Oh, Julia! Geht gar nichts gesagt! Damn! Julia! Ich bin festgehangen! Dadas tut mir echt leid! Tut mir leid! Was denn? Zweitemal heute schon von Rantz! Ja, heute seid ich nicht mal toll! Jede Folge so ein... Was hätt ich denn machen sollen? Einer erschießt einen Traitor und dann wird der Ego erschossen! Ich hab dich ja gesehen! Du guckst die ganze Zeit in meine Richtung! Chico läuft hoch! Ich sterbe! Ja, ich hab's ihn nicht gesehen! Dann steht direkt Anne! Chico traut sich doch gar nicht mehr! Ich hab... ich sehe zu wenig hier! Ich bin immer unschuldig! Chico? Er? Hallo! Hallo! Woher wusste ich eigentlich, dass dieses Minecraft-Männchen Steve heißt? Das find ich voll krass! Der heißt halt so! Der heißt wirklich so! Der heißt wirklich so! Das weiß doch jeder! Das weiß ich! Das weiß doch jeder! Oh Mann! Das sogar Grand-Stars-Muster hat mich sogar ein bisschen traurig! Das kommt! Das kommt! Das kommt ja eng! Bei jedem anderen ist das okay! Cool! Das sollte man wissen! Das kommt ja direkt neben der Geburtsurkunde! Kommt er auch noch in der Source, Steve! Wer weiß es nicht! Ego? Ja ne, sorry! Hab ich verglich! Hallo Julia! Hi! Willst du mal denn hier? Ey Julia, hier ist der Traitor! In Minecraft-Down ist absolutes Waffen-Verbot! Soll ich dir mal einen echten Traitor zeigen? Soll ich dir mal einen echten Traitor zeigen? Soll ich dir mal einen echten Traitor zeigen? Ohhhh! Und jetzt gehen sie weiter! Sonst... Dann sehe ich über eine Strafe hinweg! Gehen sie weg! Hallo Anne! Dann ist es Vita! Vita hat auf Shigo geschossen! Was jetzt? Na, der haut ihn doch! Was soll ich jetzt? Na, der haut ihn doch! Na, der haut ihn doch! Na, der haut ihn doch! Der haut ihn doch! Ja, der haut ihn doch! Der haut ihn doch! Die besten Tackles der Welt! Geil das auch! Äh, hier! Äh, Horchi und Kapuze! Leute, da vorne ist Vita bei euch! Schießt mal Vita ab! Der muss bei euch in der Gruppe sein! Ich hab ihn doch schon erschossen! Achso! Ja, wie war das? Kommt du hin! Ja, weil er hat auf Shigo geschossen! Ja, er hat vorher auf den Mav geschossen! Der ist hier unten! Er ist doch Mav! Wenn ich tot bin, jetzt ist es wahr! Da liegt der Vita! Wenn ich dich jetzt legen könnte, würdest du! Oho! Oho! Warum, Horchi? Hier oben ist keiner tot! Hier ist keine Leiche! Was ist das? Horchi ist tot, unter mir ist ein... Hier ist Mav! Wo, wo, wo! Wer schießt er? Wer ist das? Mav ist es! Mav! Hier war da ein anderer! Nightshade ballert die ganze Zeit... Alter, ich komm nicht klar, ey! Ich distanziere mich von dieser... Ich muss unbedingt runter jetzt! Scheiße, hier ist jemand tot! Ey! Wer ist das? Nein, 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 nein! Ich bin Detective! Oh ja, du hast mich so... Hier ist Mars geschossen! Nightshade ist... Nightshade ist weit gelaufen! Was? Ich fordere einen DNA-Test an. Mach mal bitte DNA-Test. Okay, okay. Nein! Kapuze, mach es nicht! Grants will dich erschießen! Nein, Grants hat ihn erschossen. Er macht immer wieder den Fehler. Tut mir leid, Kapuze. Mann, ihr Säcke, ey! Ich ruf immer noch, mach es nicht! Es ist zu spät! Alle Trader am Leben? Ja, sehr gut. Warum war Dallos DNA an beiden Leichen dran? Da geht Grants. Sorry Kapuze. Er ist ein sehr freigiebig damit. Vita, also Vita Wolf hat auf Shigo geschossen. Shigo hat darauf auf mich geschossen. Dann dachte ich vielleicht, Vita weiß, dass Shigo Traitor ist. Und ich hab Shigo erschossen. Ja, das hab ich nicht aufgesehen. Ich hab deine Ahnung gesehen. Dann, ich guck auf Scoreboard, seh noch 5 Leute leben. Kapuze, wo macht man DNA-Scan? Nein! Nein, nein, nein! Ich hab's noch in der Sekunde gedacht, dass es eigentlich ziemlich gescheit wär. Und da war ich schon tot. Marv, bist du in die Traitor-Falle vor mir gegangen? Ich hab ein Schweinchen. Ich hab ne Sau zum Verkauf. Boa, ich hab ne Sau zum Verkauf. Boa, ich hab ne Sau zum Verkauf. Boa, ich hab ne Sau zum Verkauf. Warte, stopp. Das ist ne Disco. Das ist ne Disco. Ich bleib hier stehen. Dann siehst du's ja. Boa, ich bin tot! Da schießt wer da oben los und mit ner... Ne, warte. Wenn Dalu alles rumläuft, dann... Warte, nochmal. Hier ist ne Leiche. Shigo ist hier unten schon tot. Ja, ich hab... Das war mit ner Sniper, glaub ich. Unten, bei der Lava. Bei der Lava. Ich mach jetzt nen großen Fehler wahrscheinlich. Nein, nicht auf mich schießen. Nein, komm her. Ja, komm her. Hier, und das? Was ist das? Ach, der Taser. Ja, das könnte klappen. Ja, aber mach die Tür auf. Sonst geht das bestimmt nicht. Sonst wirbt der doch wieder. Er ist so im Türrahm eh sicher, oder? Ne, hat geklappt. Wunderbar. Ja, weil der Detektiv festhängt. Der ist jetzt frei. Ach so, okay. Darf ich zum Abschluss bitte. Der Hut hängt dann... Er ist frei zum Abschluss, Leute. Der Detektiv schießt um sich. Oh, wie du bist so hurt? Ja, gib ihm noch den Taser zurück. Was sind das für Geräusche bei dir, Marv? Kann er behalten, wurde mir gesagt. Ador hat geschossen mit dem Taser. Leute, wenn ich nachher tot bin, und Dardo läuft jetzt esse ich rum durchs Messer, passt bloß auf. So, Messer? Er kann jetzt ganz nah an mich ran. Oh, tatsächlich. Er kann alles gemacht haben. Er kann mich gemacht haben. Er kann alles mit ihm gemacht haben. Das muss man. Das theoretisch schon. Ich sag's nur. Da trau'n ihm als Dardoare. Kein Nummer eins. Und geb dir keine Sun Gun, aber es ist zu spät. Sun Gun ist sowieso im Laufen fast unmöglich zu treffen. Ja, stimmt schon. Ah, ey. Sind wir tot? Ja, der Chico. Oder die Chico ist tot, oder? Ah, Chico. Chico ist tot, ja. Wir sind aber mittlerweile... Schau, da war einer da gescoutet. Entweder vom Turm oder vom... Oh, ich hör's, ich hör's, ich hör's, ich hör's. Wer hat geschossen? Sag doch mal, was Vita schießt, aber er ist nicht tot. Vita ist tot. Vita ist tot. Vita, vom Dach? Vom Haus, auf dem Dach. Da wo Dings ist. Da wo Dings ist. Da wo Dings ist. Also warum? Shiva ist tot. Okay. Der Enderman ist auch tot. Shiva war das. Der Enderman ist tot. Nein. Krass, die hat er schießen. Enderman. Weißt du, was ich geil finde? Weil hier liegt ne Enderperle auf dem Dach. Wenn du die wirfst du dich dahin portest. Oha. Das wär so geil. Oha. Überall Enderman gespart. Oha. Und da ist noch ein Ender Dragon. Ich hätte den Ender. Ich hab die Enderperle nicht geworfen. Das war machbar. What the fuck. Oha, Alter. Oha, Alter. Das ist creepy. Das ist creepy. Das ist creepy. Das ist echt creepy. Die greifen gleich an, ey. Vorsicht, rechts von dir, Vita. Ist auch noch einer. Jedes Mal, wenn man sich vorne will, komm nicht. Ich klaue jetzt die Leiche. Vorsicht. Ich hab Angst. Creepy. Ich glaub, das sind die eigentliche Feinde. Geck. Der Enderman hat mir voll Schaden gemacht. Aaaaaaay. Geck. Da ist ein Ender Dragon, ey. Wo ist der? Ja, da. Überm Wasser hat der Ender Dragon. Leute, ich bin allein mit Dalu, wenn ich jetzt sterb. Wirst du durch den fetten Ender Dragon, ey. Ja, da liegt der im Wasser. Wird ja eh keiner, ey. F ist tot. Leg ihn da rein. Ah, okay. Gut. Toll, die Leiche kommt wieder raus, Grants. Das bringt nichts. Guck. Achso. Okay. Ne, man kann sie nicht aufheben. Doch, man kann sie aufheben. Soll ich mal den Knopf hier drücken? Warte, jetzt. Nein, warte, jetzt. Ich weiß nicht, was weg geht. Schreib doch mal. Lauf durch. Aua. Ja, Silent Sniper. Ich hab ihn nicht, ich hab ihn nicht schon. Genau überall. Die Silent Sniper ist wirklich so ein Kapuzel-Dinge. Dem darf man nicht vertrauen, ey. Und vor allem schießt er auch erst auf mich, ne? Und ich glaub, der letzte ist übrigens Anne. Was? Nein. Anne ist hier gerade bei mir. Nein. Bin's nicht. Ich seh den Ender Drachen leider nicht. Stimmt, Anne ist es wirklich, weil die hat den Schwimmbug. Oh, da. Ah, cool. Ich bin's nicht. Du verletzt besprochen. Ich töte dich jetzt. Ich schieße das auf den Ender Drachen. Rens ist es. Ist der sogar echt, also massiv? Man kommt nicht hin. Ach, schade. Wo ist der denn? Der steht hier. Nein, Marv? Oh, fuck. Haben wir den Endermans aber saucool gemacht, ey. Find ich geil. Ach, dahinter steht er. Ah, ich bin runtergesprungen. Ey, es ist doch sowas von Anne. Das könnte Marv jetzt sein. Vor allem sitzen wir hier jetzt alle mit vier Leuten. Gleich kommt Molly und wir sind weg. Naja. Ich hab kaum mehr Leben. Da ist Anne. Ganz bald. Bin das nicht. Anne ist es eh. Nein. Julia. Marv? Julia, ich will dich nicht töten. Ich will dich auch nicht töten. Du hast einen Schuss, hast ihn frei Julia. Ich weiß. Du hast den ersten Schuss und danach wehre ich mich. Also ich bin tot. Also versuch. Ich hab kein Leben, es wäre voll unfair. Ja, wenn du mich mit einem Schuss tötest, hast du ja gewonnen. Also setz alles auf einen Schuss. Dann schmeiß die Ender Bähle doch. Auf den Drachen. Denkt an, Leute, wenn ich tot bin. Was denn? Ich hab nix gemacht. Hallo, lebt du noch? Hallo, lebt noch. Scheiße. Sie hat's versucht. Dann hab ich doch zurück geschossen. Ja, ich bin runter. Nein, ich war die ganze Zeit hinter dir. Ich hätte kaum mehr Leben. Da hab ich nicht. Da war ne Fliege. Da hab ich ja kaum ne Chance, jemanden alleine zu erwischen. Doch, du warst doch grad mit mir alleine. Ja, super. Es hätte trotzdem die Welt bekommen. Aber Nigel und ich haben es eh gesehen. Wir waren da oben auf dem anderen. Ja, eben. Du hast kaum ne Chance. Wir werden mich gekillt dadurch, oder? Ja. Ich war direkt über dir. Das gibt's doch nicht. Du musst diese Items benutzen, Julia, so. Da gibt's ein paar geheim... Gerade die Beerenfalle ist bei Nacht bestimmt sehr gut, ey. Gibt's ein paar geheime Items. Oh, da sind wir mal mehr gekriegt. Ich werd's schrägter. Ich werd's schrägter. Du bist ein Creeper. Sehr gutes Ding vor der Runde. Erstklassig. Daumen hoch. Julia, schau mal. Was denn? Oh, ich hab den Enderman eingefunden. Darf ich den haben? Versuch den Enderman zu töten. Danke. Oh, da schießt er, da schießt er. Da schießt er, Julia. Nimmst du mir den zur Gamescom mit? Den lebe ich mitzugehen. Wie schafft man den Enderman zu killen? Danke. Noch lebe ich, aber so gerade. Oh, da... Ja, dann lass dich doch heilen, oder so. Weg. Weg. Oder er kaufte doch die... Dann kaufte doch die Heel Grenade. Guck mal hier. Oh, der ist aber schön. Der ist so gut, oder? Magst du noch die Ender-Perle? Der ist... Der ist so gut. Könntest du dir als Frieden sein gefunden? Muss man die irgendwo hinbringen? Oh, da ist... Ich hab keine Ahnung, ob die ganzen Enderman sind. Hallo Shiva. Ja, das muss mit was anderem zu tun. Aber die Ender-Perle wäre wie jede Runde. Das war kein Frieden. Du bist böse. Allein im Termin. Die Ender-Perle hab ich gefunden. Ja, unten im Keller. Also, ich hab die Ender-Perle wieder. Ich werf sie mal ins Wasser. Jetzt hier in die Bücher-Ecke. Hast du das grenzt, ja. Ja, die lesen gerne. Die Ender-Perle liegt jetzt im Meer. Nein, ich will nicht schießen, ne? Hier ist auch noch ein Enchantment-Table. Nein, wir haben Frieden. Der Enchantment-Table ist ein Knopf. Ist das ein Traitor-Knopf? Ja, das ist gerade eine gute Brüche sehen. Lalu confirmed. Das war gerade nicht sehr gescheit. Ja, wieso? Jeder kann das drücken. Es passiert nur nichts. Ja, 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 ja. Shiva, was machst du die ganze Zeit da? Was machst du da? Oh, ich hänge eine Leid auf, ey. Gute Lügerin. Julia? Na, Jade? Auf dich ziehen. Was ist das Schwein? Was ist denn hier los? Anna hat Schwein gehabt. Okay, endlich los. Kapuze. Ich hab Angst. Die Killkirer haben mir Angst. Ich bin hier im Ziel. Einer ist schon tot. Creeper was killed bei Vita-Wolf. Er ist frei zum Abschluss. Wo ist denn die Leiche von den Vita-Wolf? Der hat bestimmt geschießt. Er hat doch gesagt, er ist von der Instie gestorben, die am Anfang geworden ist. Er ist nicht gestorben. 54 hat sie aufgehört. Ich kann das auch. Ich geh zu lieben Tjigo, dies, 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 dies. Bist du dir da ganz sicher? Du bist nicht krank. Ich schweine ich auch dem Anna. Ich glaub ich hab einen Trailer gefunden, das ist Marv. Hilf mir Tjigo. Hilf mir. Ich schweine nichts auf wie eine Rzель so da ist. Das geht nicht. Wer sind die ganzen Tieren hin? Hutzigen. Hier, ritjo bleib. Da ist die Tür dahinter. Ich baue da grad ein Kunstwerk. Oh, da schießt Tjigo schnell. Wer schießt da? Wohl geschaffen! Ich schieß auf das Schwein! Aber das geht nicht kaputt. Da unten drunter is der Creeper. Aber Diss-Kombo. Ist keine Diss-Kombo! Wenn das keine Diss-Kombo war, KH아요chieał. Bleib mir fern! Myunno! Lass's schwein ist weg. Wenn Heuchy jetzt weggeht, dann komm ich vielleicht auch. Wieso ist Vita verwundet? Wow! Oh! Was war das? Vita ist frei zum Abschluss! Vita ist frei zum Abschluss! Voll auf meinen Kopf! Nicht Marv? Nein, Vita! Da, Lukard, ist es! Oh, Marv! Und der andere ist, Shiva ist frei zum Abschluss, Leute, ich bin gleich tot! Nein, du wirst das! Shiva ist... Wir hatten Vita gezogen! Wow! God, ey! Dadurch! Dadurch hat ne Granate geworfen! Shiva, wieso? Ich? Ja! Ich hab gar nichts geworfen! Vor allem, komm, du aus deiner Richtung, hab's doch genau gesehen! Die Anne! Liebe Anne! Anne, Anne hat doch gerade jemanden erschossen, oder nicht? Ja, ein bisschen! Anne? Du bist der Böse! Grants? Warum hast du den erschossen? Vita hast du ja gekillt, ne? Ja, Vita ist tot! Komm mal rund in den Ketter! Warum? Anne hat ein Nightshake aufgeklärt! Ja, Shiva ist tot! Und ich hab Shiva gekillt! Und Shiva war Traitor! Erzähl dich hier mal, Junge! Nein, Shiva war nicht Traitor! Ich glaub, die Anne hat gerade die Krabs gekillt! Ich glaub, die Anne hat gerade die Krabs gekillt! Ich glaub, die Anne hat gerade die Krabs gekillt! Ja, den Hat-Krabs hat gekillt! Nein, ich lebe noch! Nicht? Aber Anne schießt die ganze Zeit nicht aus, Leute! Ja, das meine ich, deswegen! Ja, auch die Hat-Krabs! Okay, das macht 10, weil das sind wirklich noch Hat-Krabs! Ja, weil die hat auch den Nightshake umgebracht! Hab ich gar nicht! Jawohl! Wenn, dann hab ich's nicht mitbekommen! Dann entschuldige dich zumindest jetzt! Entschuldigung, lieber Nightshake, dass ich dich nicht nur mit den Augen habe! Nee, nur mit den beiden Augen einfach so! Wo soll die Leiche denn sein? Von Shiva? Ja! Nee, von... Wenn du Treppe runter gehst und dann links in die Ecke! Aber wo ist die Shiva? Wo ist die... Tod! Achso, sie ist schon tot! Na gut! Also, was ist da von da? Nein, ich find die nicht! Wenn Treppe runtergehen, da wo die, äh, Creeperfalle ist! Ich würd nicht runtergehen, der hat sicherlich nur ne Falle gelegt! Ich geh auch runter! Ich geh jetzt runter! Nein, da ist ne Falle! Ah, ich... Anne, ich bin kein Traitor! Ja, ich bin da! Ich hab Ruder-AP! Wenn ich nicht! Wer dann? Das ist ne Falle! Du fällst direkt in so ein Loch und stirbst! Aber ich bin es halt nicht! Ich glaub... Da ist die Leiche! Da ist der Marv! Der hat auch kein Leben mehr! Da ist die Leiche! Ja, sieben Lebenspunkte hab ich noch! Du hast mich immer so verdächtig an, so! Ich seh das! Deine Augenbrauen! Grants, Grants, pass mal auf eben! Grants, komm mal raus! Ja, kann man nicht! Der Gang ist nur ein Brei! So! Dann geh du zurück! Ja, geh du doch zurück und lass mich raus! Grants, Grants, Grants! Grants, Grants! Du musst noch zwei Schritte zurückgehen! Ja, ja! Ja, jetzt! Aber vorhin nicht! Oh, da ist wer gestorben! Aber das war nicht Dardosch! Das war nicht Dardosch! Geh zurück, Anne! Sie erschießt mich insgleich! Anne, lebst du noch? Ja, noch! Das ist Anne! Crepsy, lebst du noch? Ja! Anne, ich hab echt gedacht, das ist was Ernstes! Aber wer ist da gerade gestorben? Die... Ich weiß nicht! Geh weg, du Halu! Geh du weg! Das ist der Anne! Du weg! Du bist doch schon fast... Du musst noch eins zu sein! Wir werden schon lange durch, Anne! Wir werden schon lange durch! Anne, es geht ganz schnell! Du merkst es! Julia, lebst du noch? Ja! Anne, wir werden hier schon lange fertig! Ah, die Julia läuft mir nach! Julia, du hast Dardosch! Ah, schon nett! Oh, fucking hell! Ah! Die ist von oben gekommen! Julia, es war nicht Julia! Julia ist confirmed! Die ist von oben gekommen! Oben von dem... Überm Haus! Überm Haus! Da war Marv oben! Aber ich... Wer war's? 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 Ah! Der Kampf da unten war! Warum? Da hat jemand geschossen! Ich hab' nicht auf dich geschossen! Ich hab' nicht auf dich geschossen! Ja, aber irgendjemand hat da die ganze Zeit auf dich geschossen! Ja, aber das war nicht ich gewesen! Ich hab' nicht den Hut weggeschossen! Ja, aber du kannst noch mal! Ja! Es war ja wohl echt das Traitor-Dream-Team! Ich sterb' an meinem scheiß Head-Cram-Blancher, den ich selber abkeuere! Und Dardosch rennt in seine eigene Bärenfalle! Also nach deinem Head-Cram-Blancher noch 7 Lebenspunkte! Wie habt ihr den Marv jetzt eigentlich confirmed? Also wie... Er hat die Granate geschmissen! Ich hab' ja vorhin schon gesagt, dass er einen geworfen hat! Aber mir glaubts ja keiner! Ja, ich weiß! Aber das kann doch, wenn einer das sagt! Du warst dann die Flieger bezogen! Du warst dann die Flieger bezogen! Du musst so laut beim Brüllen! Anno kann damit bei dir klaut! Du musst voll aus der Heus hier sein! Oh Gott, Leute! Woll ausrasten! Julia war aber nicht die Technik! Ich war nicht die Technik! Kann man ertrinken? Ja! Ja, schon! Okay! Wer ist der Mann? Die Arme! Nightshade! Wer ist da da? Der Nightshade! Der Nightshade! Der Philippa ist schon alleine! Wieso wollt ihr eigentlich gerade? Baby, der Schieger hat gerade den umgebracht! What?! Nightshade hat auf Kapuze gezogen! Ich hab' ja auf die Granate geworfen! Ja, Nightshade! Oh, da... Was ist da? Was ist da? WTF? Peter ist im Traitor-Menü! Au! Ja, ich war da! Ich war da! Das stimmt doch! Ja! Ich leb' noch, aber ich hab' die Schüsse von oben gehört! Ja! Hallo! Ich hab' mit dem Enderman und Daniel! Hey! Hallo! Hey! 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 Blöd! Ich hab' ne Shotgun gefunden! Ich bin jetzt glücklich! Na? Noch nicht! Okay! Meinetwegen bringt mich um! Da oben ist'n Apfel! Ja, den hab' ich heute schon runtergenommen! Das geht mit dem Magneto-Stick! Ja, du kannst'n auch einfach runterschießen! Immer noch unten! Was machen sie hier, Anne? Willst du dir den Apfel runterschießen? Schau' mal nach! Du schießt hier! Nein! Der Apfel ist in den Keller gefallen! Schau' mal nach, wer's ist! Ich bin unten! Ich bin unten! Ich bin unten! Guckt ja keiner! Chigo schießen! Chigo ist es! Chigo ist es! Ja, schwarz von einer Seite darfst du! Chigo ist es hundertprozentig! Hör mir zu! Und confirm bitte, was ich sage! Chigo ist Traitor! Chigo ist tot, Leute! Zu 100% Traitor! Chigo ist tot! Ja, dann confirm! Kann ich nicht! Ist in der Lava! Doch, kann ich! Die kommt nicht mehr wieder raus! Wartet! Hab sie! Chiba! Chiba! Bist du das? Bist du Traitor Chiba? Bist du Horchi? Ja, ich bin Horchi! Ich kann die Stimmen noch nicht auseinander halten! Aua, Anne! Anne, hör auf damit! Alles gemein! Die Chiba ist da! Alles war gemein! Ja, ich versteck mich hier, weil ich bin fast ertrunken! Kapuze, wen hast du umgebracht? Ich hab gar keinen umgebracht! Ach, Anna! Ich hatte ein anderes Radar gehabt, okay! Aber du stehst da doch! Ja, ich steh hier, weil ich hab geschaut, wer um die Ecke ist und was schiebe! Traps vertreu ich nicht! Warum nicht?! Ich hab nicht mal geschossen! Ja, das musstest du zum Grand sagen! Dafür wächst sowas! Einer trinkt grad den Flopper unten! Ich trinke nur was! Keine Hektik! Ich trinke nur was! Habt du was trinken? Ich trinke auch kurz was! Ich hab kurz was gehabt! Oh ja, okay! Hallo, Enderman! Anne, hör auf zu piepsen! Anne, auf zu piepsen! Wer darf denn jetzt erschossen werden? Ja, Anna, alles schon! Pieps, weil der Radar hat piep eine Zeit auf dein Gesicht! Aber ich hab einen Trailer getötet, ne? Grants, ey, hau ab! Grants! Nein! Warum? Geh weg Grants! Darf ich den der Insider hinwerfen? Probier's aus, ey! Oh, du hast doch den Creeper getötet, Marv, ey! Ja! Du, ich steh schon wieder über die Enderman! Dalu, bist du noch klar? Dalu, bist du noch klar? Ja! Dalu lebt noch! Alter! Natürlich! Der Enderman hat euch was getötet! Ja! Welcher? Ja! Ich bin clean, Alter! Ich hab gedacht, dass Shigo ist will! Der switcht die immer hin und her! Ich bin... Er sinkt dann da! Ja, ich hab Shigo konfirmt! Miau! 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 Ich hab auch Heilung! Kapuze! Ich bin nur da! Ich geh nur meine täglich Patronen! Renz, ich weiß, dass du's bist, Mann, ey! Du willst immer wieder... Willst du zu Shigo um die Leiche aus dem Lama? Nein, ich bin die Leiche durch! Du willst die ganze Zeit schon dreimal mit dir jetzt hinterhergelaufen, ey! Ich weiß genau, dass du's nicht willst! Kannst du mich heilen? Warum? Ich bin der Fußloch, ey! Schieß mich doch aus! Ja, das ist schon klar! Aber warum würdest du dich heilen? Mache ich Schaden gerade vom Spiel! Was ist? Was war? Was war? Seine Fußsohle war im Lama, ey! Mav rennt mit ner Leiche rum! Geh da hinten raus! Nein! Geh da hinten raus! Geh da hinten raus! Aua! Ich hoffe, dass es nen Cooldown gleich gibt! Nooo! Das hat er gestorben! Was geht da ab? Wer ist da gestorben? Warum ist Crabs gestorben? Wer ist da gestorben? Wer ist da gestorben? Daniel, wenn ich jetzt hier abgeschossen wäre, ist es Julia! Ja! Ja! Wer lebt denn noch? Julia lebt noch? Grants lebt noch? Fragt sich nur, wie lange? Wer ist das überlang? Äh, ich kann mich nicht mehr bewegen, Leute! Braust du dich? Warum, du? Kommt in Afrika? Der letzte Fliege! Kommt das denn? Leute, kann mich einer abknallen? Ich kann mich eh nicht mehr bewegen! Du bist Traitor? Ich häng in der Textur anscheinend! Wo bist du? Nein, die Disco wird da gewonnen! Red dich mal oben und komm mal auf den Boden! Da ist Marv! Hä? Nein, Marv hat mich gerade hier mit Hunden beschmissen oder so! Und sagt, dem häng ich in der Textur fest! Ja, warte, warte kurz! Ich bin noch nicht fertig! Es ist ein Kunstwerk! Warte! So! Ah! Kaputt! Du wolltest! Du wolltest sie schon wieder haben! Die Leiche! Ich... Als ob ich weggehe! Warum, ey! Warum?! Das ist da so stimmend bei mir! Der ist mit dem Fehlzellner! Kaputt du mich rum! Da, Deutsch! Mach! Du hast mein Spiel kaputt gemacht! Ich war hier auf einmal der Boden! Ich wollte dich da drunter verschieben! Ich wollte dich einbauen! Ich wollte uns beide aus dem Spiel nehmen! Dankeschön! Da, Deutsch! Ja, bitte! Du bist meine Nabe! Du bist immer mich rum! Also an meiner Technik muss ich noch ein bisschen... Ich suche mich auch gerade! Ja, nimm mal bitte ein paar große Blätter, ja! Aber Anne, warum tötest du mich einfach? Die Frage ist eher, warum stirbst du nicht, wenn ich dir dreimal... Du hast direkt daneben geschossen! Ich hab auch komisch gezielt! Du hast überhaupt nicht daneben geschossen! Man hat gesehen, wie dein Blut ist! Einmal hast du es gekauft! Dann hatte ich noch sechs Leber sogar gehabt danach! Dann ist es... Toll! Ich geh mit dem Banderman da... Da hab ich mich gehaillt! Da hab ich mich gehaillt! Da hab ich mich gehaillt! Da sagst du auch noch so... Oh, Horchi! Oh, Horchi! Horchi, halt! Ich war gerade im Menü gewesen! Bitte halte mich, Horchi! Horchi, bitte halte mich, Horchi! Traps ist im Traitor-Menü! Ich seh's ganz deutlich! Aua! Horchi, halte mich bitte! Oh! Ja, ich hab auch Scham bekommen kaputt! Ist dunstig! Halt mich, Horchi! Halt mich! Titanic-Szene! Titanic-Szene! Wer schiegt denn hier? Gib zu! Nein! Faaar! Ich war's noch nie! Ist der Kraps so sauer? Er ist wieder da! Er ist wieder da! Ey, Dadasch hat sich das an! Anne hat geschossen! Anne hat geschossen! Ja, ich hab... Da war keiner so... Ja, wir haben geschossen gerade Anne! Ich bin aber nur noch 30 und ich bin Detective! Ist Anne frei? Anne ist überhaupt nicht Detective! Nein, Grant ist Detective! Also, ich hab's schon drüber... Ich bin Detective! Hörst du dir dein Kamerar sahen? Ich bin Detective! Mistis Anne, was war denn das, meine Liebe! Halt mich gerade etwas Schauff alguma tue! Wieso behauptet Anne, sie wäre Detective, wenn sie was so nicht krass? Anne! Ski doch schon wieder, ey! Ich schaue ich doch nicht! Shuja, hast du Heilung? Als Ausländer bist du da leider mit nach. Ich würd nie auf dich schießen! Ja, mach mal bitte! Weil ich bin doch dein Detective-Kollege! Ich würd nie auf dich schießen. Anne! Ja? Hab die Musik an Horchi! Was brauchst du die Waffe wenn du Kack von da ist? Anne! Damit ich besser schießen kann. Oh, da war jemand sogar. Shigo beschuldigt mich jetzt. Hey, der kann doch nicht geflogen hier. Shigo. Wir schießen alle. Guten Tag, ich verkaufe... Ich schmeiß die auf die Welt oder was? Warum schießt ihr die ab? Ich hab keine Ahnung. Ich hab auf Shigo geschossen, weil sie jemand erschossen hat. Aber ich dachte... Doch, hier drinnen im Tunnel. Das erste Leiter, die da reinsteht. Lightshade, darfst du nicht drüber? Hony, ich bin mit ziemlich sicher, dass du's bist. Nee, warte, warte, warte. Aber irgendwer hat auch nicht geschossen, ich weiß nicht wer. Ich hab Anna erschossen. Und ich hab auch... Hast du das Heal gekauft? Nein, ich hatte keine Zeit. Wo bist du denn jetzt? Ich brauch echt Heal. Julia, du bleibst da drin. Ich komm dann sofort. Warum schiffst du? Ich bin Detective. Wer ist verdächtig? Ich bin nicht verdächtig. Das war grad so ein Death-Ding, gell? Hier, Deathringer, ja. Dallu ist es Dallu, weil Dallu ist runtergefallen. Es ist Dallu, Leute. Dallu ist es, Dallu, confirm. Wer ist Detective, bitte? Ne, 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 nicht auf solche Spielchen einlassen. Dallu sehen wir. Julia, wo bist du denn? Mach doch mal hier keinen Mist, ey. Dallu... 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 Dallu ist... Dallu ist es. Leute, tötet ihn doch einfach. Wo ist er denn? Shiba kriegt... Shiba ist tot. Oh, da ist ne Bedenfalle gewesen, ey. Das ist das Kacke, ey. Dallu ist es. Dallu ist es. Dallu ist es. Nightshade ist tot, Leute. Dallu ist 100%. Was bist du denn hier nicht getötet? Du hast ihn gerade gekillt, ey. Ja, warum hast du es nicht gemacht? Ich habe ihn zum Abschuss freigegeben. Jetzt bist du auch dranhorch. Jetzt sind wir back am Arsch. Wo hat es denn hier gebrannt, ey? Schießt mich, ich habe nichts gemacht. Dann komm doch hoch. Ist die da aktiv? Während andere... Nicht mehr. Du hast reingeschwungen scheinbar irgendwie. Nein, ich bin nicht reingeschwungen. Hast du offen Feuer wahrscheinlich, ja. Oh, da ist... Ich hab das Ding zum Heilen. Oh, da ist es kaputt. Hast du es jetzt? Ja. Wo denn? Ja, da, wo wir gerade oben waren. Komm. Da, wo du rumgeschwungen bist. Da, wo du rumgeschwungen bist. Ja, der Marv hat kein Leben. Was ist denn los? Oh, fuck. Ja, hier gegen den Molotov. Vertrau mir, ich grenze, wenn es so ein Lüfterspiel. Ja, Vita. Ja, er ist hier drinnen in dem Haus. Oh, danke. Weiter, weiter. Vita, ey. Noch einmal noch. Dieser Vita. Danke. Du kannst dich auch selber heilen. Hab ihn, kein Problem. Mit der anderen Taste kannst du dich selber heilen. Marv ist der andere. Marv ist der andere. Marv ist der andere. Marv und Vita, oder was? Vita ist schon tot. Was ist das denn bitte für ein perverser Ton, wenn man sich selbst heilt? Marv und Vita. Marv und Vita. Horchi, du bist das doch. Halt, 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 halt. Lass mich rein! Ja, ich wusste es. Du bist gesprungen. Damit hast du dich verraten. Ey, Horchi springt nie. Ich hab nichts mehr gerafft. Ich seh nur Shigo Anna erschießen und dann erschießen Shigo und dann war ich... Ich dachte, Shigo hätte mich erschossen. Wer hat denn noch mich erschossen? Nein, Leute. Shigo hatte ich... Nein, hat sie nicht. Ich saß in der dunklen Ecke. Das war die beste Szene ever. Ich saß einen Meter neben euch beiden. Und er schießt erst Anne, dann Shigo und dann kommt Horchi. Ja, Shigo war es. Ich laufe hinter Horchi. Einen Meter hinter Horchi hau ich ab. Einen Meter fies und ich drehe mich grad und will schießen. Da hab ich schon eine Kugel im Kopf gehabt. Voll gemein. Ich konnte natürlich nichts mehr sagen. Ich hab gar nichts mehr gerafft. Und dann hinterher ins Horchi rumgelaufen. Aber als Julian gesagt hat, Moment, warte, bin ich schon wieder reingerannt? Warum war es das denn? Ich wurde noch nie mal begonnen und schon nur noch halbes drehen. Ich hab nichts gerafft. Ich hatte auch nur noch 30 Elben. Ich geh drauf. Oh nein, lass mich raus, lass mich raus. Du hast die Runde raus. Du hast die Runde raus. Du hast die selbe Schieder. Jetzt musst du erst mal dreimal tief durchatmen. Es ist ganz wichtig, deine neue Aufgabe. Du bist jetzt Detective. Ich möchte immer vorbei, danke. Ja. Drücke auf C und kaufe dir als erstes den Radar. Nein. Oh Gott, er verarscht dich. Er verarscht dich. Toll. Erst, erst den Strater. Ja, er ist Strater. Kaufe den Radar. Stürbner hast du... Wer ist das denn? Du schießt wer? Ich bin stuck. Ich bin stuck. Draps ist du gut geschossen. Der ist super. Ich bin tot. Wer hat den Disco ans Haus geworfen? Ich bin ja über die ganze Map geflogen. Ja, ich leb eh noch. Er ändert aber nichts. Da, Luca. Bei Todesseuern nicht mehr reden. Da ist klar. Nein, ich bin doch... Er ist ja nicht tot, oder? Ja, ich hab mir in der Luft gerufen. Ich bin tot, aber ich bin auf dem Haus gelandet. Oh Jesus! Oh Jesus! Oh Jesus! Alle stehen hier rum rum, ey. Da wollte er dich erschießen. Anne, jetzt heil mich auch. Oh, Peter war der andere. Ich hab keinen Credits mehr für. Was? Wir suchen ihn hier. Der ist ein Trader. Ich hab gesehen, der ist ein Trader. Anne, der ist hinter dir und wollte dich durchsnipern. Wer ist es noch? Wer ist es noch? Und ich stand hier. Ich stand hier an der Küste. Ja, Julia. Ja, und ich stand da vor ihm. Er wird gekusset. Das war mehr wie Knaps. Das wär ich jetzt echt hin gewesen. Wer ist es noch? Wer ist es noch? Ja, aber irgendwie bin ich geheilt. Achso, weil neue Rüge. Ich hab's ja schon. Kapuze ist der andere Trader übrigens. Warum? Ich hab ja gar nichts gemacht. Oh, ist einer tot? Wer ist gestorben? Einer ist vom Dach gefallen. Das hat sich übel angehört. Ja. Grants. Grants. Grants hat sich selbst in den Tod gestürzt. Alles klar. Oder Julia war das. Ja, wenn ich unten stehe, du Narre. Ich hab gesehen, dass du so ein Haar auf sich hattest. So ein langes. Das kann doch von dir gewesen sein. Bründet euch doch schon gegen mich hier, ey. Der Pulze ist Trader. Warum? Ich hab dir nicht mal geschossen. Warum verfolgst du mich da? Ja, ich wollte schauen, wer da drin ist. Hör auf. Schätzchen. Daru hat dich geworfen. Daru hat dich geworfen. Disco. Disco, Disco, Party, Party. Und da, du kannst dich hoffn jetzt nach. Guck, guck, guck. Ich sag jetzt einen Satz, und wenn der Satz zu Ende ist, dreh ich mich um und schiesse. Du bist zum Abschluss frei, Dalu. Julia ist zum Abschluss frei. Du drückst ja echt auf, ne? Ich drück auch nach, ey. Jetzt glaub ich dir hinterher. Nein. Und wenn ich ganz lang die Treppe drückse, geh auf. Was sagt ihr da, das hört sich perversen. Marv, Marv hat geschossen. Marv, Marv, wie ist es Marv? Das war random, sorry. Du konfirmst sie, Chigo. Warte mal, Chigo, ja? Nein, nein, ich habe gerade den ersten Traitor erledigt. Ich habe nur geschossen, alle geschossen. Wer hat noch geschossen? Arne, hast du was gesehen? Hat Nightshade auch geschossen? Nee, ich habe nicht geschossen. Ich glaube nicht, dass es Chigo ist. Ich bin so spät dazugekommen. Aber Chigo hat den letzten Kill gemacht. Nightshade ist es dann auch nicht, der hätte das ausnutzen können. Heißt, es muss Dardash sein? Julia ist noch hier. Das wird wahrscheinlich dann Julia. Ah, Krabs ist auch noch da. Wenn irgendeine Bombe explodiert, ist es Krabs. Ja, wenn eine Bombe explodiert, könnte er mich erschießen. Ich laufe mir mal hinterher. Ihr zu Puke vorbeilassen. Er ist wieder pisst, das heißt, er ist Traitor. Er ist immer pisst, wenn er Traitor ist. Nee, wir waren gepisst, Alter. Wenn man die ganze Zeit nur im Weg rumsteht. Der hat einen Shotgun. Ich habe auch Shotgun-Schuss gehört. Da schießt was? Deinen? Krabs, wieso stehst du da an der Tür und hast nicht mal eine Scout in der Hand? Warst du gerade im Täter-Shop? Klar. Hast du dir gerade eine Bombe gekauft? Ja. Das glaube ich dir sogar. Na? Na? Leg die jetzt hier hin. Das will ich mir mal angucken. Willst du mir mal bei helfen? Ja, mach mal. Okay. Pass auf, wer ist das denn? Das ist niemand mehr. Trau dir nicht, du machst gleich irgendeine Jalla-Bombe einfach nur, weil das geil ist. Ne, Chigo kann doch nicht sein. Ne, Chigo kann doch nicht sein. Er? Wer? Ich habe es auch nicht gehört. Der ist doch tot. Was hat er gesagt? Nightshade ist tot. Der hat Vita gesagt. Aber Vita war doch tot, oder nicht? Ja, dann halt auf Vita schießen ist. Julia ist auch tot. Okay, auf Julia, Nightshade, Vita töten. Alle die rumlaufen, weil da wird sich jemand wieder tarnen. Oh, da hinten wird geschossen. Jupp. Vita ist es. Treff ich nicht, weil ich so schlecht bin. Shiva? Shiva? Wo ist du? War noch in dem Haustasch, Shiva? Da ist sie ja. Hallo Shiva. Dam, 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 dam. Warte, ich muss nachladen. Warte eben kurz. Warte doch. Hey, vorsichtig. Das gibt's! Oh, man. Ich habe mir keine Bombe gekauft, ich habe einen Molly gekauft. Ach, das ist süß. Aber ich wollte ihn dir zeigen. Ich habe ihn sogar gezeigt. Das war fast ein bisschen knuffig, Crabs. Danke, Crabs. Was denn? Welcher P-P-P-Dreifach-Sternchen-Toten-Kopf mich auch immer wieder gerandomt hat am Anfang der Runde. Vielen Dank. Geile Nummer. Wer hat dich gerandomt? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wieso werden heute immer wieder gerandomt? Nein. Ich war gestern dran, also ist heute wieder dran. Wie geht's jetzt so wie wir sonst? Danke, dass ihr euch mal nur den W9 gesucht habt. Finde ich nett. Wer ist morgen dran? Sag das nicht zu laut, ey. Jetzt gleich bin ich wieder dran. Jetzt gleich bin ich wieder dran. Gleich löst sich wieder ein Schuss von Marthos. Er vermisst die Aufmerksamkeit. Das war eine Chance, ich hab's jetzt. Aber naja. Was? Der Diegel war das oder was das? Ich will dich fest vor allem an den Kopf für der Rife und die fällt einfach nicht um. Geh Vita, ich war zuerst hier. Geh weg. Vita ist gar nicht bei dir. Achso, du bist doch hier. Doch, natürlich ist der hier. Ist der, weil ich steh die ganze Zeit auch in den Raum hier. Ich war schon so, hä? Oh, 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 oh. Nee, Krabs wollte den Enderman erschießen. Achso. Aber ich bring's ja Enderman. Gib uns jetzt hier irgendwie in den Eck. Da hat Vita eine Granate geworfen, ich weiß nicht was für eine. Auf Grants wurde geschossen, oder Grants? Nee, Grants geht's gut. Ich hab einen Teser gehört. Er ist irgendwie grad tot runtergefallen. Nee, 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 nee. Das war nicht der dadurch. Julia. Was denn? Shotgun? Also du bist tot. Nein, ich bin nicht tot. Ich hab den Apfel runtergeschossen. War hier eine Shotgun? Das wüsste ich nicht. Unter dir im Keller. Hier, hier. Ja. Warte da. Was kann ich mit der Enderman? Dieter schritt hier oben und war im Frater Shop. Marth will mich grad von hinten erschießen. Aua. Marth schießt. Tauschen wir? Nein. Aber du sagst Marth schießt oder Marth schießt? Meine Traumfrau will mir eine Perle schenken. Marth schießt, hab ich gesagt. Guck mal, ich hab hier einen Apfel. Guck mal, der ist doch voll schön. Nein, 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 nein. Was tut ihr da? Tigo, du, du bist mir. Tigo, du bist ein Apfel. Tigo, wenn ich sterbe, wenn ich sterbe. Lecker Apfel. Ich hab aber hier eine Perle in den Apfel. Ich hab aber hier eine Perle in den Apfel. Ich hab einen Apfel. Ich hab einen Apfel. Nein, nein. Du bist mit ne Perle, ja? Ich geh jetzt nicht hin. Ich such mal ne neue Frau. Ja, ich. Hast halt keinen Geschmack, die Dame. Hab ich gar nicht dran gedacht. Shiva, du. Shiva, komm her. Shiva. Wo, wo? Hier. Schau mal Shiva. Du bist doch ne Frau. Shiva? Guck dir das grad auf, wer ist hier vorbeigelaufen. Bist du ganz sicher? Hier, diese Tür macht, ne? Kapuzenwurm. Ja. Hier, die Wand ging grad auf. Dann muss es Kapuze sein. Nein, warum? Ich hab den ganze Zeit mit ne Perle in der Hand. Meine Perle! Shiva, grüß ihn mal von mir, ey. Mach mal, wer? Ich hab mich verlaufen. Wo ist denn? Die hatte doch jeder schon mal in der Hand, diese Runde, ey. Tigo, schau hier. Guck dir mal diese Kunze. Ich schenk dir mal, ich schenk dir meine Perle, okay? Guck mal hier. Wo ist das Launcher? Der wurde vom Dach geschossen. Der wurde vom Dach geschossen. Und das zwei? Headcrabs Launcher. Tigo, schau mal in meine Perle. Dankeschön. Das ist nur für dich. Oh Gott. Grand Traitor hat nen Crab. Oh! Marv. Was ist denn hier für ne Party? Wo denn? Marv ist Traitor. Ich bin Detective Marv ist Traitor. Was ist das? Oh, der andere, der andere. Anne und Marv bis jetzt, Leute. Anne ist down. Chico, bleib hier. Confirm Anne. Und Marv ist der andere. Was? Das sind Deadcrabs. Das ist ne Terroristenfalle. Wo ist Marv? Achso. Leu. Wo? Bist du das? Ja, ich bin hier oben. Okay, Marv und wer noch? Dadurch hast du noch Credits? Nein, wasche. Habt ihr einen confirmed? Dann ja. Ja, wir haben einen confirmed. Ja, dann ja. Wo bist du? Schau mal, Chico. Was machst du da, Chico? Du musst ihn selber confirm. Ah, okay. Ich passe auf, dass Marv nicht kommt. Einer von euch macht doch grad Pommes, oder? Ich riech's ganz genau. Ach nö, Grans ist es schon wieder. Chico, schau, der lebt noch. Chico, schau mal. Nur noch Marv, dann ist es vorbei. Nur noch Marv, dann ist es vorbei. Schau, wie lieber er ist. Ja, aber du hältst dich beim... Schau, wie lieber er ist. Ja, aber du hältst dich beim... Schau, wie lieber er ist. Schau, wie sauer. Schau, schau mal Chico. Schau mal Chico. Der lebt noch vorbei. Wie nennen wir ihn? Das ist unser Horst hier. Hans Jürgen. Der Hans Jürgen ist er. Schau, wie lieber er ist. Hallo Hans Jürgen. Hallo Hans Jürgen. Ist das ein Frosch? Nein, das ist ein Headcrab. Okay. Der hält sich auf den Kopf und dann übernehmen sie dich. Ich bin auch noch da. Nein, nicht töten, Dalu. Das ist unser Hans Jürgen. Wo ist denn Marv? Das ist unser Hans Jürgen. Oh, Tico, dafür darfst du ihn töten. Hopp, Marv. Oh, 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 oh. Marv hat jemanden wiederbelebt. Hier drin, Dalu. Vorsicht, da ist die Traitor. Den. Vorsicht, die lebt da erst raus. Vorsicht, die lebt da. Oh, da war grad der Traitor. Die Traitor rings. Ja, 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 ja. Ich hab ihn. Dalu. Dann sollte ich ja nicht meine Munition verschwenden, obwohl ich hier eingesperrt bin. Wo ist Horchi hin? Horchi hat Dalu gekillt, du Monster. Okay, Tico, bleib jetzt bei mir. We stick together, wir schaffen das. Kaputt. Leute, ich bin auch da. Hier ist Horchi beim Haus, Dalu. Ich bin unten eingesperrt. Da, ich hab Parki, ich hab Parki, ich hab Parki. What the fuck war das denn? Rans, du hast mich gekillt. Yes. Nein. Doch, steht in der Konsole. Echt? Ja. Ich war drin, ne? Ich. Ich war die ganze Zeit eingesperrt übrigens, wollte ich nur mal sagen. Das war die letzte Wolle, ne? Nee, jetzt kommt die letzte Wolle. Das muss angekündigt werden. Das muss angekündigt werden. Das muss angekündigt werden. Das muss angekündigt werden. Ich schieß grad auf Dalu und vier immer 18 Meter aus Wasser aus. Wir haben eh schon fast die drei vier Stunden. Ein edler Ritter war ich. Letzte Runde. Hast du gesehen? Dann machen wir das. Ich dachte, Witter schreit am Anfang mal, aber dann horchelt. Sonst hat man einfach nichts gesagt. Das heißt, ob deine drauf hören wollen. Doch, ich ja. Ich hör das auch immer. Ja, aber hören ist ja immer noch nicht Beweis. Ich meine Chance, meine Falle war, Witter war ja extrem hoch, weißt du doch. Schießt sie wieder. Schießt sie wieder. Schießt sie wieder. Schießt sie wieder. Okay, Witter ist jetzt seine Waffe nachgezogen. Die alte Eichen. Besten Tag. Gott sei Dank. Ich bin bei mir. Ich bin bei mir. Ich bin bei mir. Ich bin bei mir. Welches Buch möchtest du denn lesen? Ich komme da nicht runter, ey. Das ist eigentlich jetzt mit unserem Lied. Oh, ich bin eine Waffe. Alles klar bei dir? Ich komme da nicht runter. Wow, die Arte. Das ist ein besoffener Typ, ey. Wer denn? Hallo Anne. Hallo Anne. Hallo Anne. Hallo Anne. Hallo Anne. Halb still, Heuchi. Ey, warte. Anne, los schieß. Anne, hab ich gesagt. Tanz Puppe, tanz. Ihr fließt voll viel durch die Kräger. Alle hat geschossen. Nein, Anne schießt. 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 Kann ich ein Item kriegen vom Detective? Ich hätte auch gerne so eine Grablem-Hulk. Ich bin damit eben relativ gegen geheizt. Trau dir nicht. Wir wären gerne begrabbelt von Mr. Hook. Oh, hätte ich dich gern geschubst, ey. Aschmigo. So nicht. Ganz fällige Nummer. Komm, bleib mal stehen. Warte, ich zeig dir mal ein richtiges Geheimnis. Zeig dir mal ein echtes Geheimnis. Mäusengraf, Leute. Einer wurde vergiftet. Er wurde vergiftet. Wer wurde vergiftet? Vita. 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 Ich schreibe nur. 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 Wo saugst du ihm das aus? Mach auf das. Der hat was anderes. Ah, wer ist das hier dreist? Vita. Vita hat die anderen geklappt. Wenn Vita immer noch vergiftet ist. Ja, sie soll die ganze Zeit raus. Ich lebe doch noch. Vita hat die Anna abgeknallt. Vita, ich lebe doch noch. Äh. Ok, Vita war Inno. Aber Vita hat die Anna abgeknallt gerade. Was? Ja, er hat sie gerade angeschossen. Oder der Kapu zu ruhen war. Nein, nein, nein. Komm, der war doch dabei. Sado war doch dabei. Sado war doch dabei. Sado war doch dabei. Hat's gesehen. Der hat's gesehen. Ich hab Anna abgefahren. Ich hab ja auch gebrödelt und dann ist er gleich anhand. Ich hab ja auch gebrödelt und dann ist er auch anhand. Vielleicht ist das die Krabs. Die Krabs ist wie eine Schlange. Weißt du? Du hörst dann nix auf einmal. So eine Schlange? Du wirst auf einmal. So eine Schlange hier. Dann pumpen sich die Krabs aus Garnondorf. Und dann ist es vorbei. Garnondorf. What the fuck? War er runtergeflogen? Angriff der Killer, Zombie ist hier. Zack. Das weißt, wir sind auf dem Dach. Nehmt noch wer? Nein, bitte du es nicht kaputt Nein, 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 ich geh doch eh weg von dir Was ist das denn? Ein Zombie Wieso leist du einen Zombie an mir? Ich steh zu nach oben Das ist schon ein Schaden Jetzt hab ich ihn verpasst Alter, die Runde geht seit 20 Minuten Du fragst mich, warum ich jetzt Schaden hab 20 Minuten? Granate Haben mich grad jetzt angefangen? Wieso hat da doch Schaden, Leute? Eine Brandgranate Weil sie das Opfer kurzzeitig gewehrt hat Mit Fehlzündung Peter ist tot Anna auch Die war auch Ja, nicht ganz random diesmal Nein, das ist nicht genau Aber warte mal, ich doch schieß mal Macht's hier da? Wow Alter, wer war das? Marv ist frei zum Abschluss Was geht denn hier? Das ist wie Bowling gewesen Hä? Was war? Aua, ich wurde vergiftet Ach nein, ich seh wieder nichts Von Nightshade, oder? Was? Nein Ich schieß einfach mal auf Nightshade Ich seh den Namen eh nicht richtig Warte Du kannst doch gehypen werden Ja, Nightshade ist es Ja, kann ich, aber das macht ja keiner Hier beim Haus Ich bin oben auf dem Dach immer noch Und ich seh nichts, deswegen kann ich nicht laufen Detective, Detective bleibt mal stehen sonst fällst du runter Detective? Gibt's noch einen? 38, 36, 34 Julia, lebst du noch? Ja Ja, dann komm mal bitte hier zu dem Ist zu spät, ist zu spät Oh, Nightshade Verlass mich nicht Verlass mich nicht Verlass mich nicht Geh nicht Du schoß das alles durch Detective sind so langsam Die, die noch leben Er ist tot Er ist tot Ihr habt ihn getötet Wieso ist das so still hier? Bin ich der einzige noch? Konzentration Aua Oh Gott, ich dachte ich Tut mir jetzt weh Oh, fuck Nein Fuck, 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 fuck Hilfe Ich sterbe und ich seh nichts mehr Bist du auch vergiftet? Ja, auf dem Dach Wie ist das denn geschafft? Verdammt nochmal Wo ist denn Julia? Ich seh nichts mehr Ich seh nichts mehr Sie war bei mir auf dem Dach Und jetzt ist sie weg What the fuck? What the fuck? Ich seh nichts mehr Huah Das ist so Oh, oh, sorry, sorry, sorry Oh, oh Entschuldigung Oh, oh, oh Ich bin gerade ein bisschen blind Hier ist ein Deathminger irgendwie aktiviert worden, glaube ich Hilfe Wo bist du denn? Im Haus Unter... War schön mit dir Wer darf denn jetzt noch Obgeschossen werden? Ja Krabs auf alle Fälle Ihr seid mir eine Hilfe, ey Da laufst du doch rum Ja und? Du musst dich um die ganzen Opfer kümmern Ja, super Ich trau niemanden mehr Fuck, 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 fuck Ja, ja, ich töte sie gerade Uah Okay, gut Nein 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 Warte mal, ich war Ich war zum Abschuss Freiherd Frau Detective Weil ich vergiftet wurde Ein ganz typisches Traitor-Verhalten Die vergiftet sich immer selbst Nein tschuldrein Nein tschuldrein Nein tschuldrein Tschüss Tschüss Tschüss